Weniger ist mehr wird Ihnen präsentiert von der PSD-Bank Karlsruher Neustadt EG. Hallo und willkommen zum Hochschule Pforzheim Magazin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir stellen heute die Frage, gehen uns die Rohstoffe aus? Für das Industrieland Baden-Württemberg eine nicht unwichtige Frage. Angefangen hat alles mit dieser Veröffentlichung. 1972 erregte der Bericht des Club of Rome von Dennis Meadows viel Aufsehen. In ihm tauchten Zahlen auf, wie lange die gängigen Rohstoffe noch reichen. Diese Reichweiten waren teilweise erschreckend niedrig. Für Kupfer beispielsweise nur 36 Jahre. Müssen wir also damit rechnen, dass die Minen bald versiegen und uns in Deutschland wichtige Rohstoffe nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen? Wir fragen einen Geologen, der es wissen muss. Professor Friedrich Wilhelm Wellmer war lange Jahre Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Er hat international Bücher veröffentlicht, kennt alle wichtigen Minen dieser Welt und ist heute noch Präsident der Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologie. Das ist ja immer sehr populär zu sagen, wir verbrauchen zu viel Rohstoffe und die Erde ist bald leer. Ja, also da ist ein großer Gedankenfehler. Und ich will das mal erklären mit einem Buch. Also wenn Leute sich fragen, reicht die Rohstoffe, dann gehen sie, schlagen sie dieses Buch auf, Mineral Commodity Summaries, das U.S. Geological Survey. Und im Grunde schreiben alle Leute davon ab. Der U.S. Geological Survey hat einen großen Stab, die haben für jeden Rohstoff, jede Commodity Spezialisten und die verfolgen alles auf der Welt. Und dann gehen sie da hin und schlagen dann auf, ich nehme mal hier, was haben wir dann hier, mal Phosphat oder so, oder Platin, ja richtig, Platin. Und dann sehen sie hier Bergbauproduktion und dann sehen sie da hinten Reserven. Und dann wundern sie sich vielleicht, dass sie keinen Quotienten der Reichweite finden, aber sagen, diese einfache Rechnung, die kann ich auch noch selbst ausführen und rechnen dann eine Reichweite aus. Und da begehen die Leute einen großen Fehler, denn Reserven ist eine sehr dynamische Größe. Reserven ist das, was wir wissen und wirtschaftlich gewinnen können. Und dahinter muss man noch die Ressourcen sehen, die kennen wir auch. Und die Ressourcen sind bekannt, aber sind zurzeit nicht wirtschaftlich abbaubar. Und dahinter muss man noch die ganzen Geopotenziale sehen, das, was wir noch entdecken können. Vieles, was heute noch unwirtschaftlich oder unbekannt ist, kann in Zukunft abbauwürdig, das heißt zu Rohstoffenreserven werden. Professor Wellmer widerspricht vor allem der weitläufigen Meinung, es sei alles bekannt, was an Geopotenzial in der Erdkruste schlummert. Das ist ein großer Irrglaube. Wir wissen kaum, was unter 300 Metern ist. Also das oberhalb von 300 Metern, das können wir vielleicht. Aber das ist ein Irrglaube, dass wir alles bisher exploriert haben. Und da muss sicherlich viel getan werden, auch in die Tiefe einzudringen. Die EU fördert ja große Programme und die sieht bis zum, ja, was haben wir bis zum 3000 Meter Tiefe. Das werden auch neue Verfahren entwickelt, um elektromagnetisch, geophysikalisch tiefer zu gucken. Also als ich in Kanada explorierte, da setzten wir ein Helikoptersystem ein, das hat eine Eindringtiefe von 100 Metern. Und heute arbeitet man an Verfahren, die gucken, gucken etwa bis 1000 Meter. Eine Firma, die exploriert ja nicht, um Reserven für die nächsten 200, 300 Jahre nachzuweisen, die explorieren vielleicht, um etwas vor sich zu haben, für 50 Jahre oder so. Eine Firma muss ja sagen, ich muss optimal mit meinem Geld ausgeben. Also brauche ich einen sicheren Planungshintergrund und kann nicht in die Luft explorieren für die weite, weite Zukunft. Und es gibt auch keine staatliche Institution, die das macht oder auch machen kann. Dafür sind die geltlichen Mittel eigentlich nicht da. Und warum auch? Dieses Gleichgewicht zwischen Reserven und Produktion funktioniert ja. Die Marktwirtschaft, wenn es knapp wird, dann steigt der Preis. Dann ist dieser von uns, von der BGA definierte Regelkreis der Rohstoffversorgung, begreift dann, das heißt die Preise steigen. Es gibt Anreize zu explorieren, weniger zu benutzen. Oder auch auf dem Sekundärkreis etwas zu tun. Und kein Mensch ist in der Lage bisher zu sagen, was haben wir denn im Geopotenzialfeld. Ich selbst früher habe das gesagt, wir könnten das abschätzen mit dem Erdölbeserven. Ich war selbst ein Verfechter von Peak-Öl, muss ich sagen. Peak-Öl. Dieses populäre Konzept beobachtet die Fördermenge eines Rohstoffes und schlussfolgert aus dem Verlauf der Kurve einen Höhepunkt der Förderung, den Peak und daraus den Abfall und schließlich das Ende der Förderung. Mit ihm ließ sich beispielsweise die nachlassende Förderung des Erdöls in den USA in den 60er und 70er Jahren sehr gut beschreiben. Aber ist das Konzept übertragbar? Peak-Öl, Peak-Metal, Peak-Phosphor, Peak-Everything? Das ist ja so, das ist also besonders ausgeprägt leider in Deutschland, man glaubt ja immer leicht Katastrophentheorien. Und deshalb war also dieses Peak-Everything, dieses Buch war sehr populär. Es gibt mittlerweile auch einen Artikel, Peak-Nothing von Rusted, und der wird überhaupt nicht gezitiert und wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, wo eben schön nachgewiesen ist, dass diese sogenannte mathematische Ableitung des Peak-Konzeptes bei keinem Rohstoff zutrifft. Das trifft immer lokal zu. Ein wunderschönes Beispiel sind die Phosphat-Lagerstätten auf Nauro. Nauro war immer der reichste Staat der Welt, weil dort eben sehr viel Phosphat abgebaut wurde und das ist mittlerweile fast alles weg, nur noch Armerze sind da. Und da können Sie eine wunderschönliche Peak-Kurve sehen. Man muss bei diesem Peak grundsätzlich Folgendes sehen. Es gibt einen angebotsgetriebenen Peak-Kurven und es gibt eine nachfragegetriebene Peak-Kurve. Und wenn Sie die übereinander legen, dann sehen die alle ziemlich ähnlich aus. Also nachfragegetrieben ist zum Beispiel, das beste Beispiel ist eigentlich Asbest. Wenn Sie die Asbestproduktion auftragen, dann sehen Sie eine wunderschöne Peak-Kurve. Das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass es kein Asbest mehr gibt, sondern es hat damit zu tun, dass Asbest nicht mehr akzeptiert ist. Also Umweltgesetzgebung hat diese Peak-Kurve erzeugt. Oder Sie sehen, die Peak-Kurve über die Kohleproduktion in Deutschland oder in Frankreich oder so ist genau dasselbe. Ich meine, es gibt genügend Kohlevorräte. Man sieht ja weltweit, dass die Widerstände gegen Bergbau immer größer werden. Selbst in Ländern wie Kanada, Australien oder auch in Chile, Kandelaria, 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 werden die Widerstände groß. Und der Weg, immer größere Tagebaue zu machen, der führt meiner Ansicht nach in die Sackgasse. Wir müssen lernen, das unter Tage abzubauen. Und da gibt es sehr interessante Entwicklungen in Österreich. Ich meine, Österreich ist ja auch ein Land, relativ dicht beliedelt und alles worum den Täler. Und die wollen natürlich auch nicht, dass die ganzen Bergflanken da plötzlich Steinbrüche werden. Und da gibt es verschiedene Beispiele, dass die Leute nach unter Tage ausgewichen sind und sehr interessante Technologien entwickelt haben. Und das ist meiner Ansicht nach der Zukunftsweg. Aber wir haben noch überhaupt noch, wir sprechen immer über die Primärrohstoffe. Wir müssen auch mal über die sekundären Rohstoffe sprechen. Und das ist ja Ihr Thema, Rohstoffeffizienz. Und die Atome von metallischen und nichtmetallischen Rohstoffen gehen ja nicht verloren. Also wir müssen sie versuchen zu rezyklieren. Das Ziel muss natürlich sein, Rohstoffe zu rezyklieren, geschlossene Kreisläufe zu erzeugen. Wenn Sie mal sich überlegen, wofür brauche ich denn überhaupt Rohstoffe? Also Sie brauchen keinen 1 kg Kupfer oder eine Tonne Kupfer. Sie brauchen immer nur eine Eigenschaft. Beim Kupfer zum Beispiel Leitfähigkeit. Aber das können Sie auch anders lösen, zum Beispiel durch Aluminium, indem Sie den Querschnitt größer machen und dann eben Aluminiumkabel besorgen. Und da gibt es drei Ausnahmen. Und diese drei Ausnahmen sind die Rohstoffe, die die Pflanze braucht. Also Kali und Stickstoff und Phosphat. Und beim Kali gibt es unbegrenzte Reserven im Meer. Oder Ressourcen, muss ich sagen. Und beim Stickstoff gibt es unbegrenzte Mengen in der Luft. Dazu brauchen wir auch wiederum Energie. Die Energiefrage ist immer das Entscheidende. Aber beim Phosphat gibt es keine unbegrenzten Reserven. So und da sehen nun Leute Probleme auf uns zukommen. Ich sehe die Probleme überhaupt nicht. Die terrestrischen Vorhaben sind riesig. Die Ressourcen sind noch riesiger. Es gibt riesige Vorkommen. Nicht nur in Marokko, sondern auch zum Beispiel der Western-Phosphate-Fields in den USA. Das ist in der Nähe der Rockies. Die sind meistens heute nicht wirtschaftlich. Aber die können ja wieder wirtschaftlich werden, indem man eben sich was einfallen lässt. Auch diese Vorkommen wirtschaftlich zu gewinnen. Also es gibt da kein Problem. Aber nichtsdestotrotz. Also es ist schon eine Herausforderung an uns oder an die kommenden Generationen, wirklich bessere Verfahren zu entwickeln, dass sekundäres Phosphat mit konkurrieren kann und dann so langsam ein sekundärer Anteil aufgebaut wird. Das kann man sehr schön bei Aluminium sehen. Wenn Sie das relativ sehen, steigt der Anteil des sekundären Aluminiums seit Jahren an. Und sowas ähnliches, da müssen wir auch hinkommen beim Phosphat. Der Anteil der schwieriger zu gewinnenden Lagerstätten, entweder dass sie tiefer sind oder sie sind immer feinkörniger oder niedrighaltiger, brauchen immer mehr Energie. Die Energieprobleme, um die Rohstoffprobleme der Zukunft zu lösen, ist Energie ganz wichtig. Energie ist der entscheidende Faktor. Und allalong müssen wir natürlich zu erneuerbaren Energien kommen. Also wenn wir mal ein bisschen abschweifen, wenn wir sagen, wir in Deutschland wollen also umsatteln auf erneuerbaren Energien, bis 2050 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien, 60 Prozent des Gesamtenergieeinsatzes, dann heißt das natürlich auch, aber sind sich auch viele Leute nicht klar, dass für die Gewinnung von erneuerbaren Energien ist pro Energieeinheit der Rohstoffeinsatz höher als für konventionelle Energien. Das heißt, der Rohstoffeinheit, der Rohstoffeinsatz steigt. Und das Ganze macht natürlich nur Sinn, weil wir mehr Energien für die Rohstoffe brauchen, wenn auch die Bergbaugewinnung, peu a peu, wie schnell, weiß ich nicht, auch auf erneuerbare Energien steigt für den Energieeinsatz. Sonst ist das ein nicht ganz durchgedachtes Konzept. Das war es für dieses Mal vom Hochschule-Pforzheim-Magazin. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Weniger ist mehr wird Ihnen präsentiert von der PSD-Bank Karlsruher Neustadt EG. Untertitelung des ZDF für funk, 2017